Hey Leute, das ist Johnny. Alles klar? Johnny Cash. Johnny Walker. Beides gute Männer. Sehen wir uns das Tier an. Die Hufen von unserem Maultier Johnny sind vorn zu weit gewachsen. Deswegen läuft er auf dem weicheren, hinteren Teil seiner Hufen. Dadurch hat er jedoch die ganze Zeit Schmerzen. Vor allem an den vorderen beiden Läufen. Hoffentlich können die Ärzte helfen. Was hat er? Er kann nicht laufen. Als ich ihn fand, lage er auf der Straße. Sein damaliger Besitzer wusste gar nicht, dass er weg war. Okay. Er hat ihn auch nicht gefüttert. Kurz gesagt, wir haben Johnny aufgenommen und jetzt finde ich kein neues Zuhause für ihn, solange die Sache mit seinen Hufen nicht geklärt ist. Ich sehe ihn mir an. Und ich beruhige ihn. Das würde überhaupt nicht wehtun. Wir schauen uns erstmal die Temperatur in den Gliedmaßen an. Die gibt uns einen Hinweis auf Entzündungen oder Schmerzen. Genau. Cool. Wie sieht's aus? Er hat eine Menge Entzündungsherde da unten. Kann er ein paar Schritte gehen? Ich weiß, das tut weh. Es ziehen Wolken auf. Ich hoffe, wir sind fertig, bevor es regnet. Hey, kleiner Mann, alles klar? Die helfen ihm gerade. Es wird alles wieder gut. Halt still. Alles gut? Ja. Singing in the rain. Jetzt regnet's auch noch. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der Strahl sieht schlimmer aus als gedacht. Ich tue, was ich kann, um ihn etwas abzuflachen. Zu sehr verwachsen. Ja. Alles okay? Sierra? Er will über den Zaun. Passt auf. Ich hab dich. Keiner soll sich wehtun. Ich helfe euch. Hey, ganz ruhig. Hab's gleich. Alles ist gut. Wie in alten Tagen. Ja. Deinen alten Tagen. Ich bin noch jung. Das stimmt. Das muss noch weg. Gleich geschafft. Sobald der Hufstrahl sauber ist, bekommt Johnny ein Medikament, das den Pilz abtöten soll. Hoffentlich ist er bald wieder gesund. Das war's. Sehr gut. Das war großartig. Wir werden noch ein paar Mal hier rausfahren müssen und ihm die Hufe schneiden. Das ist wie bei den eigenen Nägeln. Beim nächsten Mal kommen wir weiter. Er hat immer noch Schmerzen, aber es sieht viel besser aus. Er steht besser. Und es sieht so aus, als würde er bereits mehr Gewicht auf die Vorderhufe legen. Wir kommen wieder. Gönnen wir ihm erstmal eine Pause. ENDE Vielen Dank.